Als AsiTV könnten wir reingehen. Ja, komm wir gehen mal als AsiTV rein. Es war ein... Oh, das ist jetzt wieder hoch, das ist wieder gut, äh... Ne, vom neunten, das ist ja heute rausgekommen. Es war einmal ein Hund namens Kylo. Kylo hatte es nicht einfach, denn sein Besitzer hat ihn aus mysteriösen Gründen aus der Wohnung geschmissen. Kylo hat sich da... Oh nein, Monta hat Kylo rausgeworfen. What the f***? ...von aber nicht unterkriegen lassen und hat sich das Ziel gesetzt, eine neue Familie zu suchen. Aber das Ganze hatte natürlich auch einen Haken. Der h***e Sohn konnte sprechen und sein Name war It's AsiTV. Was? Korrekt, endlich hat er es selber mal zugegeben. Das ist der Beweis. Kann das jemand klicken, bitte? Du bist ein h***e Sohn, AsiTV. Hast du verstanden? Du hast es jetzt endlich mal selber... ...schön, dass du es selber mal... ...du hast es selber mal jetzt zugegeben. ...den Hunden tut irgendwas meine Fresse. Oh Gott. Kylo. Wuff, wuff. Ich nenne dich Kylo. Verpiss dich, du f***e Sohn. Wirst du wegkommen? Verpiss dich, du f***e Sohn. Verpiss dich. Warum redet der wie Monte? Warum redet Kylo wie Monte, Digga? Das macht doch gar keinen Sinn. Hund. Verpiss dich, du f***e Sohn. Hund. Halt's Maul. Geh weg. Ich hab dir gar nichts getan, Mann. Verpiss dich. Bist du ein Streuner? Ich bin deine Mutter. Ich kann keine Hunde reden. Ich bin kein Hund. Ich bin... Das war ein Voll, Alter. So ein Troll. Schweigen ist Gold, Mann. Hä? Bro. Falls ihr euch gerade fragt, was gucke ich mir hier gerade an? Bruder, ich bin ein verp***ter Hund in GTA, Bruder. Mehr muss ich euch nicht sagen. Was haben wir hier noch? Hauen wir nach, was ist das? Nicht nur in GTA. Er sagt tausendmal so einen soeren Sohn und weiß ich nicht was. Und morgen kriege ich wieder so einen Screenshot. Bruder, Video wieder gelb, Bruder. Was ist das, Bruder? Ja, normal, Alter, wenn du nichts wegmachst. Verpiss dich von meinem Arsch, der Hund. Ey, wisst ihr noch dieses... Ganz kurz, bevor wir weitergucken. Wisst ihr noch dieses Video, was wir geschaut haben? Dieses VR-Brutal-Video. Dieses sehr brutale, was wir uns letztes Mal reingezogen haben vor ein paar Tagen. Bro, ich hab das hochgeladen. Das ist bei mir auch sogar gelb geworden. Und das, obwohl ich alles zensiert habe, was man zensieren konnte. Auch selbst die türkischen Dings und so. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon krass mit YouTube, wirklich. Aber es war echt... Mir gefällt sie, Mann. Ich nenne dich Bello. Du bist ein... Heckgelb, ja, ja, war direkt gelb. Verpiss euch! Du begleit nicht, Mann. Wawala, das ist ein süßes Hund, ja. Wawala, diese... Ey, Bello, woher gehst du? Komm, wir gehen Gassi. Halt deine Fresse! Geh weg! Du bellst so süß, Mann. Verpiss dich auf! Bello, hast du einen anderen Hund gesehen? Oder warum soll ich... Ey, das ist Bello, oh. Das ist mein Hund, Bello. Was ist denn... Ey, Alter. Was ist das für ein Auto? Ich bin ausgestiegen, scheiße. Bruder, warum ist bei dem Auto kein Reifen da? Ey, der Auto, Bello, wir fahren mal. Bello, man braucht ein Autofahrer. Ach ja, du kannst eh nicht reden. Hörst du mich, du Pizzer? Ich bin gar kein Hund. Weißt du, wer ich bin? Was? Wer bist du? Du bist du? Du kannst mir nicht. Sofort hier auf dem Gelände runter raussteigen. Ey, warte, es ist ein Hund, Mann. Ein Hund kann doch nicht fahren. Ey, beruhig dich, verdammte Scheiße, mal der Familie. Ach, du Scheiße. Ich bin ein Hund, Hunde können nicht fahren. Ich dachte, Hunde können doch nicht reden. Ich bin ein toter Hund. Sag dir nur so, dass du mal das Tierhalde anrufen, würde ich mal sagen, oder? Wie, dieser Kölb kann reden. Halt deine Fresse und ich... Wie, dieser Kölb kann reden. Ich bin tot hier, vor den Cops. Die können eh nichts machen, ich bin ein Hund. Kleiner Köte, was bist du so frech als du? Komm, wenn du reierst, schlag mich. Die Bullen sind hier. Komm, schlag mich doch, du Hund, du. Ey, junger Wollner. Du Hunde, du Hund, ihr Hunde. Ihr seid alles Hunde, die Bullen auch. All Cops, all Hunde. Wollen Sie mich verhaften? Fickungszeitung. Fickst euch. Ihr kriegt mich nicht in den Knast. Ich komme nicht mit in den Knast. Geht weg. Hey. Bitte nicht, ich bin ein Hund. Gehebleiben. Okay, ich bleib stehen. Ja. So ein Troll, Alter. Okay, okay, steig aus. Die Bullen schießen auf mich. Nein, nein, ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ich steig... Ich bin ein Hund. Ja, das bist du. Du bist ein richtiger Hund. Kleiner Hund, komm rein. Aber ich muss sagen... Mach die Tür auf. Ich bin stolz auf Assi. Der macht gutes RP. Endlich mal... Er hat sich endlich mal eine Rolle ausges... Ich kann nicht reden. Ich bin ein Hund. Du hast Halluzinationen. Ach so, sche... Ich nehme alles zurück, was ich sagen wollte. Ich scheiße auf die Tür so. Geh zum MD. Ich glaube, das sind Frauen. Man kann Frauen klammern. Digga, ich wollte gerade sagen... Ey, Digga, bocke ich auf dich, Mädchen. Hast du verstanden, wenn du das siehst? Du wirst es sehen, du Ekelhafter. Bah, was du machst. Guck mal. Nicht zurück, nicht zurück. So ein Hund. So ein Hund. Okay, jetzt verpiss dich. Jalla, verpiss dich, du Hund. Lern fahren, du H***er-Sohn. Du W***er. F*** dich, steig aus. Komm, wenn du ein Mann bist. Ich spuck's dich tot. Fahr weiter, du Hund. Siehst du? Traut er sich nicht. Hast du keine Eier, hä? Ah! Wehe, du machst Rückwärtsgang. Wehe, du machst Rückwärtsgang. Du F***er. Wo bin ich? Ich bin tot. Ich sehe das Licht. Ich bin im Hund im Himmel. Bruder, wie sieht das da aus? Warum fährt er mit so... Was ist das denn für ein Troll? Ja, das ist ja voll süß. Guck mal. Voll süß. Ah, jetzt ist er Katze geworden. Natürlich. Jawasch! Du Katze, du. Süße Wauwau. Verpiss dich, gearbeitende Hund. Was? Ich hab gesagt, verpiss... Das ist so ein... Der Hund hier, das ist so ein typischer Hund, den die alten Omis in so einem deutschen Dorf haben. So bei mir im Dorf, da waren so Omis, die hatten diesen Hund. Das ist so dieser typisch Hund, den die alten Omis immer mit sich holen. Mit sich nehmen. Voll, ne? Das ist so dieser... Ja, true, ne? Ich hab gesagt, verpiss nicht gearbeitet. Die sind auch cute. Au, was schlägst du? Mama! Hilfe, der hat mich geschlagen. Bitte, hau, hau, hau. Lass mich los, lass mich. Hau, hau, hau. Nein, so kann ich nicht rein. Weil du ein Hund bist. F*** dich. Du bist ein Hund. Stich gleich auf. Man darf keine Tiere umbringen. Wir haben Wehe angehalten. Wir haben keinen Hund über. Wollen Sie gerade meinen Hund ansteigen? Du hast gerade Hund genannt, du was? F*** dicha? Ich zeig dir, wer der Hund ist. Steig aus. Der Hund gerade gerätet ist. Komm, steig aus, du F***. Verpisst euch. Ihr F*** dicha. Ich geh zu meinem Polizeiarment. Ich bewerbe mich als Polizeihund. Verpisst dich, verpisst euch. Ich fühle mich wie Drachenlott. Verpisst euch doch, Mann. Ihr Scheißhäler hier. Ah! Die lassen mich nicht in Ruhe. Renn, Keil und Weiß, renn. Hallo. Ach du Scheiße. Hab ich schon geraucht. Ach du Scheiße. Chef, ich will mich als Polizeihund bewerben. Ich hier unten, ich hier unten. Hören Sie den Hund auch reden? Ja, ich sehe den sogar. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Du kleiner F***-Sohn, du. Vielleicht weißt du ja jetzt, wer ich bin. Siehst du mich? Siehst du mich? Das ist Abdul-Kader. Siehst du mich? Siehst du mich? Bruder, was ist das für ein Server, Alter? Tut was, er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Schlag den, er hat eine Waffe. Oh, nee. Doch, doch, er hat die. Reicht, er ist doch tot. Hey, bleib stehen, bleib stehen. GFP. Ach, GFP. Geh aus. Ah, okay. Bruder, ich muss das ausleihen. Tut mir leid. Steigt aus. Mops. Nein, mein Motorrad. Mein Motorrad, das muss ich wiederholen. Auflaufen, auflaufen. Nein, nein, bitte nicht. Oh, f***. Ja, ja. Ich bin ein Hund und ich gehe ab. Ich gehe ab. Passt auf jetzt, ihr Salome. Kann ein Hund auch das, was ich mache? Der wird hundertpro jetzt drauf gehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wow. Oh, er hat es geschafft. Wenn ich mit tausend Kilometer pro Stunde einen überfahre, was passiert dann? Ich muss ausprobieren. Land zur Seite. Ich bin auf ihn drauf gefallen. Bruder, was macht er auf dem Server? Das habe ich früher bei GTA Online gemacht. Da habe ich diese Stunts und so probiert, an Wänden hochzufahren und so. Was macht er da? Sir, beleben Sie auch Hunde? Ich kann es probieren. Probieren Sie es. Du bist ein Tier, du hast keine Chance. Helfen Sie mir. Oh, nein. Ich gehe, Bruder. Das ist mir zu viel. Ich gehe. Er hat ein Messer. Geh weg von dem Hund. Schlag mich, komm. Bring mich um, wenn du ein Mann bist. Ich beende das mit dir. Oh, nein. Das ist so fett, Bro. Bruder, ich weiß nicht, wo er diese Songs immer bekommt, aber es ist einmal anders. Immer noch derselbe Turbo, wenn du am Bahnhof triffst. Wie ergraben aus dem Smith, wissen wir, wer der Babo ist. W-w-w-wissen wir, wer der Babo ist. Das ist so fett, W-wissen wir, wer der Babo ist. Das ist so fett, W-wissen wir, wer der Babo ist.